Hallo und herzlich willkommen zu den aktuellen Patchnotes für die Beta. Es ist ein bisschen merkwürdig tatsächlich die Versionsnummer nicht mehr so explizit zu bezeichnen oder direkt zu sagen. Es ist natürlich die 0.63 Version, wird bei Leuten allerdings, die die Entwicklung der letzten Monate oder des letzten Jahres nicht so verfolgt haben, ein bisschen für Verwirrung stiften. Denn die 0.63 Version ist gefühlt schon seit einer halben Ewigkeit am Start und jetzt seit dem 6. November ist nun die Beta zwar immer noch die 0.63, aber eben jetzt offiziell die Beta-Version da. Man kann die Version sowohl Stable als auch Experimental spielen, zu dem aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme allerdings ist die Experimentelle und Beta-Version so ziemlich gleich. Die Patchnotes sind sehr sehr umfangreich und sehr groß. Man muss natürlich mal schauen, welche Sachen ich jetzt hier direkt anspreche und welche Sachen ich ein bisschen abkürzen werde, wie zum Beispiel verschiedene Fixes. Man muss allerdings auch sagen, obwohl die Liste sehr sehr lang ist, dass viele Sachen, die eigentlich für die Beta geplant waren, so jetzt erstmal weggefallen sind. Unter anderem die Zombie-Horden zum Beispiel. Was weggefallen ist, werde ich so separat jetzt nicht ansprechen, denn das zieht ehrlich gesagt nur Hater an. Ich werde natürlich die Sachen ansprechen, die in dem Spiel sind und mit Sicherheit wird mit der 1.0 und so mit der finalen Version jetzt am Ende des Jahres noch so einiges nachgereicht werden. Um eine Sache vorwegzunehmen, viele Sachen, die hier drin stehen, waren mit Sicherheit schon mal in DayZ drin, wurden dann natürlich rausgenommen. Denn für die Leute, die auch schon die Entwicklung ein bisschen verfolgt haben, werden wissen, dass bei DayZ in den letzten Monaten, in den letzten zwei Jahren ja schon fast sehr sehr viele Sachen in der Grundmechanik geändert wurden, die man so als Spieler nicht zwangshalber sieht, die aber natürlich notwendig waren, um das Spiel endlich auf einem ordentlichen Gerüst zu stellen, um die Beta zu releasen und damit natürlich auch verschiedene Türen für die Modder und somit dem Steam Workshop zu eröffnen. Dadurch natürlich werden auch viele Sachen jetzt eben mit drin sein, die eigentlich schon mal drin waren, jetzt aber an das neue, in Anführungszeichen, neue DayZ angepasst wurden. Das ist zum einen das Thema Fahrzeuge. Es sind derzeit leider nur zwei Stück, zum einen der V3S Truck und zum anderen der Lader. Die anderen Fahrzeuge werden natürlich nachgereicht, hier allerdings sind wir erstmal nur auf die beiden Fahrzeuge angewiesen. Passend dazu natürlich gibt es verschiedene Erweiterungen für beide Fahrzeuge, so wie den Schraubendreher, ein Reifenreparaturkit und die Batterie. Die sind natürlich wichtig für die Instandhaltung der Fahrzeuge und sind in der aktuellen Version lootbar. Ein ziemlich großes Thema hat es zum Glück jetzt in die 0.63 Beta-Version geschafft, und zwar das Basebuilding. Das Basebuilding wurde so mehr oder weniger grob schon mal implementiert, man kann es ordentlich nutzen und man kann es auch richtig gut umsetzen. Zu dem Basebuilding gehören das Militärzelt, das zivile Zelt, das Autozelt, verschiedene Fässer, ein Zaunkit, was man errichten kann, ein Kombinationsschloss, ein Aussichtsturm-Kit, also eben das Grundlage-Kit, um diese Sachen zu bauen, Holzstämme, aus denen man auch Holzplanken machen kann, Metallplatten, verschiedene Nägel, ein Metalldraht, Stacheldraht, Weihnachtsbeleuchtung, ganz ganz wichtig, ein Tarnnetz, der Stromgenerator, der Benzinkanister, die Kabeltrommel, der Scheinwerfer, Hammer, Zange, Schraubenschlüssel, die Spitzhacke, eine Bügelsäge, die Kabelbarriere, Holzstapel und eine Bärenfalle. Das sind Sachen, die in die Kategorie des Basebuildings mit reinfallen, ihr werdet mit Sicherheit mitbekommen haben, dass das ein oder andere Item bereits im Spiel drin war oder schon mal drin war, wurde jetzt wie gesagt an den neuen Charaktercontroller und an verschiedene Animationen angepasst, somit sind die jetzt wieder nachträglich mit eingereicht worden. Das Lehnen des Charakters wurde auch angepasst, sowohl die Animation als auch die Geschwindigkeit. Waffenkollision mit der Geometrie steht so in dem Patchnotz drin, ich gehe stark davon aus, dass eben die Waffen, wenn man die hält und sich zum Beispiel an eine Wand sich begibt oder irgendwo hängen bleibt, was auch immer, dass der dementsprechend die Waffe hoch oder runter nimmt. Das kann ich allerdings nicht genau sagen. Es gibt verschiedene Wärme- und Krankheitseffekte, die jetzt mit dem Spiel sind, sowie verschiedene neue Sounds, sowohl in der Entgebung als auch in Gebäuden und natürlich bei Infizierten und dem Spieler selbst. Bei einem eventuellen Absturz, lass es jetzt bei dem Spieler oder bei dem Server selbst sein, wird ein ausführlicher Beitrag sozusagen schriftlich festgehalten, womit dann der Serverbetreiber vielleicht nicht zwangshalber viel anfangen kann, aber das immerhin an die Entwickler bzw. an den Bugreport weiterreichen kann. Eine Direktionale Spielertodesanimation ist auch mit drin, ich habe absolut keine Ahnung, was das heißt. Direktionale Spielertodesanimation, wenn jemand weiß, was das ist, kann er das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Es gibt verschiedene Waffen-Ladehemmungen, die jetzt aktuell meines Wissens nach allerdings noch unabhängig von der Qualität sozusagen der Waffe sind. Es passiert also noch relativ random, es ist egal, ob die Waffe pristine oder eben nicht pristine ist, es ist egal, ob sie dreckig oder sauber ist. Es gibt einen Bartwuchs für Charaktere, ob man den Bart in irgendeiner Art und Weise pflegen oder rasieren kann, weiß ich nicht. Die Infizierten wurden ebenfalls völlig überarbeitet, sowohl bei der KI als auch beim Sound und natürlich auch beim Aussehen. Es gibt auch ein paar neue Zombies, das Verhalten selbst konnte ich so noch nicht testen, ich bin wirklich gespannt, wie die jetzt sind. Es wurde auch, so steht es nochmal explizit drin, die Zombie-Agro wurde auch nochmal separat angepasst, ich denke mal ein bisschen bilder. Wie es genau ausschaut, werden wir wie gesagt im Laufe der Spielzeit sehen. Verschiedene Audio-Bereiche in Fahrzeugen wurde auch angepasst, was genau ist, nicht direkt aufgeschlüsselt, auch das wird man mit Sicherheit im Laufe der Spielzeit merken. Das Verhalten der Wildschweine wurde geändert und die Größe von Stromgeneratoren, Kabeltrommel, Scheinwerfern und Kühlschränken wurde jetzt angepasst. Durch die mehr oder weniger finale Implementierung des Animationssystems wurden logischerweise verschiedene Animationen hinzugefügt und geändert. Es gibt verschiedene Halteposen, die Vegetationskollision, also wenn du durchs Gebüsch oder durch hohes Gras rennst, wurde verändert. Es gibt verschiedene Gesten und mehr. Das und mehr steht so tatsächlich in den Patch Notes, was gemeint ist, kann ich natürlich so jetzt nicht sagen. Es gibt auch eine kleine Veränderung bei dem Gewicht der Nahrung, das haben viele von euch auch schon mitbekommen, dass eine Dose teilweise völlig unrealistisch schwer ist, beziehungsweise wenn man sie öffnet, obwohl die noch voll ist, angeblich nur halbes Gewicht hat. Das wurde jetzt natürlich angepasst. Durch die mehr oder weniger finale Implementierung des Epinephrins wurde endlich mal auch was an der Bewusstlosigkeitsmechanik geändert. Das heißt, wenn ein Charakter bewusstlos ist, muss man Epinephrin nutzen, natürlich abhängig davon, wie negativ in dem Fall der sogenannte Schockwert des Charakters ist. Dazu werde ich mit Sicherheit nochmal in einem separaten Video eingehen. Verschiedene KI-Navigationen wurden auch angepasst. Damit sind mit Sicherheit die Zombies und Tiere gemeint, dass eben auch die ordentlich durch die Gegend laufen und nicht irgendwo hängen bleiben oder im schlimmsten Fall durch die Wände laufen. Ein paar Punkte muss ich so einfach direkt ablesen ohne Erklärung, weil ich teilweise gar keine Erklärung direkt habe. Zum einen zum Beispiel die Instanz oder das Instanzenmanagement in Klammern fix für Desync-Probleme kann ich natürlich so nicht erklären. Ich bin kein Entwickler, aber fix für Desync-Probleme klingt generell immer gut. Außerdem verschiedene Änderungen an Sonnen- und Schatten, Änderungen an der Lehnkamera, das habe ich vorhin schon kurz angesprochen, sowie visuelles Verstecken von Items in der Hand, wenn man sich in einem Fahrzeug befindet. Es gibt viele Änderungen in dem sogenannten Eingabesystem, das ist jetzt kein wirklich wichtiges Thema für dich als Spieler. Es beugt einfach nur verschiedene Probleme bei der Steuerung vor, gerade dann, wenn Items in der Hand hängen bleiben, weil das Spiel oder der Server oder wer auch immer denkt, dass noch irgendwas in der Hand ist, obwohl das so gar nicht ist. Das sind alles so programmiertechnische Sachen. Sowie die Server-Klient-Stabilität wurde auch verändert, das ist in nahezu jedem Update so, sowie verschiedene Sicherheitsfixes, also mit Sicherheit das Anti-Sheet-Tool wurde ein bisschen aufgebürstet und die Überarbeitung der Feuerwache, die ist jetzt wohl endlich ordentlich designt. Ich hoffe nicht mehr so ein ekelhaft hässliches AMA-2-Gebäude. Items wurden neu benannt, das habe ich auch schon mitbekommen. Gerade bei den Waffen wurden ein paar Buchstaben verändert, was natürlich für mich als nicht unbedingt großer Waffenprofi etwas schnell für Verwirrung sorgen kann. Für die Leute, die von euch gern den Offline, also somit den Singleplayer-Modus spielen, ist es jetzt auch so, dass verschiedene Online-Statuswerte, also Veränderungen in der Online-Welt sozusagen, durch irgendwelche kleinen Fixes und Updates, relativ schnell auch direkt für den Offline-Modus zur Verfügung stehen. Bisher war es so, dass man in der Offline-Version eine relativ alte Version gespielt hat. Auch das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Für die Leute von euch, die nichts mit dem Offline-Modus anfangen können oder keinen Sinn dahinter sehen, das wird natürlich ein großer Aspekt gerade für die Präsentation verschiedener Sachen sein, gerade für den Steam Workshop und somit verschiedener Mods. Es gibt eine Änderung an der Kartenaktivierung. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Ich gehe stark davon aus, dass man jetzt die In-Game-Map, also das Item selbst, vernünftig öffnen und sich anschauen kann. Passend zum Base-Building darf natürlich das Gartenbausystem auch nicht fehlen und somit gibt es jetzt passend endlich wieder die grüne Paprika, Kartoffeln, Kürbis, Tomate und die Zucchini sowie verpackte Paprikasamen, Kürbissamen, Tomatensamen, Zucchinisamen und eine Gartenlimonade. Bei der Kleidung würde ich einfach mal ganz liebelos direkt die Punkte so durchhämmern, weil ich persönlich weiß nicht genau, wie die aussehen. Es gibt doch nicht zu jedem jetzt passend das Bild dazu, glaube ich. Deswegen haue ich die einfach mal so durch. Und zwar der Assault-Helm, Assault-Helm-Visier, athletische Sonnenbrille, Bandanas verschiedene, Baseball-Kappen, Beanies, Denim-Jacken, Hockey-Helm, Flat-Cap, Jumpsuit, Cap, Brie-Pens, Jeans, Denim-Shorts, Radar-Caps, Office-Mütze, Enduro-Helm, ich weiß nicht, was das alles ist. Passend dazu der Enduro-Helm, Mundschutz natürlich, Hard-Head, Anzug-Jacken, Mann, Anzug-Jacke-Frau, NPC-Anzug, damit kann ich tatsächlich was anfangen, das sind diese Sicherheitsgeschichten hier, diese mit Gasmaske und allem, BDU-Jacke gab es vorher auch schon, wurde rausgenommen, ist jetzt wieder drin, Skirts, ich weiß nicht genau, was es ist, Sports-Shirts und Smitschowka-Head. Das sind natürlich Sachen, wahrscheinlich können die wenigsten von euch damit jetzt groß auf die Schnelle was anfangen, kann ich persönlich nicht, deswegen haue ich die Punkte einfach mal so durch. Bei der Medizin gibt es nun wieder das Desinfektionsspray, wohl mit Sicherheit, ich hoffe zumindest, mit einer vernünftigen Wirkung. Das Morphin kann eventuell, steht hier in der experimentellen Version, nicht spawnen, das ist meines Wissens nach allerdings jetzt schon gefixt worden, wie auch schon erwähnt, das Epinephrin gibt es auch, die Alkoholtunktur gibt es auch, Schmerzmittel und die Multivitamintabletten. Wie gesagt, die Sachen gab es schon mal vorher, wurden teilweise rausgenommen und die, die drin waren, hatten eigentlich nahezu keine Bedeutung, weil es in der 0.62 Version eigentlich kein wirkliches Krankheits- und Temperaturensystem gab. Das ist jetzt anders, man kann wieder krank werden, man kann sich anstecken, man kann, wenn man zum Beispiel dreckiges Wasser trinkt, man kann dadurch erkranken und somit ergeben natürlich viele medizinische Items endlich wieder Sinn. Ein paar Waffen, beziehungsweise Aufsätze gibt es auch, zum einen den MP5-Handschutz, dann Polymer-KA-Schaft, normalisierter Schalldämpfer, KA-Klappschaft, M4-A1-Handschutz und die Landmine. Ich bin ein bisschen überrascht, dass in diesen Punkten absolut gar nicht die Waffen angesprochen werden. Ich bin mir nicht sicher, welche Waffen jetzt tatsächlich in der 0.63 oder beziehungsweise in der Beta-Version jetzt da sind. Ich versuche das natürlich rauszufinden, ich hoffe, man findet dazu nochmal einen separaten Beitrag, aber direkt die Waffen selbst sind so nicht drin. Ich gehe mal davon aus, in allererster Linie, die Waffen, die jetzt auch in den Stresstest-Servern zur Verfügung standen. Bei der Nahrung selbst hat sich nicht so viel getan, da gibt es Müsli, Milchpulver und Reis. Die Handschellen gibt es nun endlich auch wieder, passend dazu natürlich die Handschellen-Schlüssel, sowie eine Touristenkarte, ich glaube, damit ist die Schernerus-Plus-Map gemeint, die man in Game finden kann. Leuchtstäbe, ein Fernglas, der Entfernungsmesser, endlich auch mit Funktionalität, ein Gasherd, eine Gaslampe, sowie ein großer Gaskanister, ein mittlerer Gaskanister, Netze, der Schlagring, eine Wärmepackung, die jetzt auch vernünftig funktioniert, ein Orientierungskompass, ich bin mir nicht sicher, ob das der klassische Kompass einfach nur ist, ein Stofffetzen, beziehungsweise Knebel, Lagerfeuer-Dreibein und ein Schärfstein. Diese Sachen sind auch mit dabei. Der letzte Punkt, oder die letzte Kategorie, beinhaltet in aller allererster Linie große und viele Bugfixes. Ein Punkt, den ich persönlich immer ungerne anspreche in Patch Notes. Ich werde es abschließend nochmal kurz machen, ihr könnt dann natürlich das Video bis dato gerne wegklicken, weil das sind Sachen, die jetzt vielleicht nicht so spannend sind. Bevor ich jetzt allerdings das Video mehr oder weniger mit den Fixes beende, möchte ich nochmal erwähnen, dass in der neuesten Beta-Version von DayZ die Grundmechaniken, die Engine, der Charakter-Controller, Animationssystem mehr oder weniger final endlich steht. Das heißt, sowohl für die Modder, damit gibt es ja eben auch den Steam Workshop, als auch für die Entwickler selbst stehen nun endlich sehr, sehr viele Türen offen und ich gehe stark davon aus, oder ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass die nun endlich nicht mehr mit so einem mehr oder weniger Scheiß abgelenkt und aufgehalten werden. Ich gehe stark davon aus, dass der Content jetzt ziemlich schnell kommt, also der Unterhaltungscontent natürlich für uns Spieler und dass in dem technischen Bereich zumindest nicht so offensichtlich viel gemacht werden muss. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Steam Workshop. Wir wissen alle, dass Mods ein Spiel nicht nur retten, sondern generell sehr, sehr lange am Leben erhalten können. Das ist bei Bohemia Interactive nicht nur so, sondern auch bei anderen großen Entwicklern, wie zum Beispiel Bethesda und deswegen freue ich mich natürlich riesig darauf. Ich werde natürlich Videos dazu machen, was gibt es für Mods, was sind die geilsten Mods, was sind richtig schlechte Mods und wir werden da natürlich richtig stark am Ball bleiben. Ihr könnt mir immer sehr, sehr gerne auf YouTube oder auf Facebook Vorschläge geben. Ich bin für alles offen, das wisst ihr. Ich schaue das mir sehr gerne an, ich lese das sehr gerne alles durch und ich werde da natürlich auch viel Zeit rein investieren, denn auch für mich als YouTuber und Daisy-Fan nahezu schon ist es natürlich schön, diesen Meilenstein mitzuerleben und endlich sagen zu können, Daisy ist in der Beta, lass es jetzt spät oder nicht spät sein, lass es jetzt mit den Inhalten sein, mit denen man es sich gewünscht hat oder eben auch nicht. Das ist mehr oder weniger als erstmal egal. Ich bin froh, dass wir diesen Punkt erreicht haben. Ich bin froh, dass ich mit dem YouTube-Kanal sagen kann, ich bin seit Anfang an der Alpha-Version am Start. Ich bin dabei, habe jedes Update mitgenommen, die guten und schlechten Zeiten, viele schlechte Zeiten natürlich miterlebt und jetzt geht's hoffentlich bergauf mit der Beta-Version von Daisy. Ich hoffe, ihr seid dabei bei sämtlichen Streams und Aufnahmen und whatever. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst sehr, sehr gerne eine Bewertung da, ich würde mich natürlich riesig darüber freuen und abschließend, wie gesagt, baller ich noch kurz die Fixes durch, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr drauf und ja, nochmal ein großes Danke für die Geduld an jeden. Bis zum nächsten Video, haut rein! Bis zum nächsten Video, haut rein! Vielen Dank.